hmmm boom boom shakalaka boom ja kommt da noch blitz arzt die pikachu schweinbacke schwinabäck swinazabaka swinazabaka ja was heißt das ja was ja komm guck mal hier haben wir denen überhaupt was abgezogen was hat sie gewusst russisch ist das gewesen ach so toll dass ich das nicht erkenne das ist ja wo auch eine hohe kunst doch das war richtig gesagt doch die die kombination gibt es ja wohl wieso siehst du dem was ab und ich nicht seine typische beleidigung oder gut auch im russischen heißt das so hast du nicht so oft gehört das ist gut gegen blitz erde ne freilich gibt es auch andere gängigere es gibt skatina das ist ja so du rind viel was skatina 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 ok ich weiß nicht warum die anderen beiden lauter geworden sind ich habe jetzt mal wieder lauter gedreht ich weiß nicht warum aber ich bin irgendwie von den slider anscheinend gekommen habe ich leise gemacht jetzt mache ich erst mal skatina bamm 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 geht voller ich mache jetzt einen mullakascha booyakascha ein mullakasch mullakak mullakak ein mullakak du bist schon so mullak nicht mullakak 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 guck mal hier der macht uns daunen kilby du musst uns mal heilmaken ja ich mach mal heilmaken jetzt wird er feuer also muss ich wasser machen ja ich glaube feuer wasser oh ja mein rheinmann rheinmann vorbei 200 hast du nicht gesehen okay ich lasse es einfach ich stehe da und lass mich treffen okay du bist jetzt du spielst opfer das schön du bist das opfer du bist das opfer i am i am i am opfer i am der opfer of him warum ist das mannerschwert eigentlich in uns das verstehe ich nicht wir haben es verschluckt wir haben jetzt schon aufgenommen eigentlich vor den kampf hat man noch mal abmoderieren müssen ich glaube der kampf geht aber ihr wolltet nicht ja der kampf geht nämlich mindestens eine vorderstunde ja okay vielleicht mache ich einen hard cut rein hard cut also für liebe leute einfach zugeschalten habt in einer neuen folge tut mir leid muss so ein hard cut reinhauen ja kann sein ja wie viele minuten haben wir denn 35 minuten abgenommen ohne abzumotorieren ich wollte doch aber ihr wolltet nicht ja dann moderieren wir jetzt ab und teilen die auf die folge nein mache ich jetzt nicht ich mache einen hard cut fertig okay hard cut alles klar hard cut der macht einen harten cut da kriegst du einen richtig harten cut einen richtig harten ganz harten das war die stuwe 1 oder was der verzaubert sich gerade zurück der verzaubert sich gerade zurück der verzaubert sich gerade zurück oh man oh man was geht was ich für geile rote klammer zu haben was geht ab ja du bist halt red was geht ab du bist red was geht ab red nose day stay on the scene like a fax machine like a fax machine like a fax machine wiu 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 haben sich schon wieder irgendwelche merkwürdigen leute bei also hier auf den server gepackten und haben dann irgendwelche blublo gemacht blublo echt was ja ja blublo blublo zum glück habe ich da mit der magie gerade geschmissen pf pf zum glück habe ich gerade aufgeladen ja kann ich gleich noch mal machen oh einer ist vergiftet wer ist vergiftet bin ich das etwa bin ich vergiftet jetzt ist es schwarz jetzt müsste eigentlich mit heilzauber äh quatsch mit hell mit licht also mit sozusagen ja keine ahnung weiß auch nicht das war das 1000 tritt auch so okay mhm ne ne erdbeben ach ne erde ist ja jetzt ja ne jetzt ist er es erde geworden gerade was ist gut gegen erde pflanze ja ja luft wasser ne luft luft erde luft ha luft dann mach ich halt wasser ach du hast ja nichts eh nichts hast du nichts nichts du hast kein f... licht du hast kein pflanze du hast gar nichts du hast nicht mein pokémon nicht bist denn du wahnsinnig in das hohe gras zu gehen bist du denn des wahnsinns oh guck mal da wird grad von eigentlich jemand voll gewurzt luft 320 leckt mich am arsch ne ich mach das ich mach das schnell echt du machst was ja ich mach das mal schon du machst mal was yay 10 punkte ah 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 wenn die jetzt er pflanze ist ne ist ja erde ok so krieg ich immer den scheiß dunklen blubb was großes sie die die meiste energie hat nun freilich die war fast dauerung ich habe 800 ich hätte ja so aufladen können du bist ein pop nein heil einfach einzeln gut wir brauchen aber nicht aber nicht aber nicht 300 300 sind es für mich noch 700 also knapp 400 hallo ja dann mach halt noch mal der todesbombe des todes jetzt lieber mich aufladen sollen warum denn ja der kippel lauten jetzt haben wir die dunkelheit jetzt haben wir die jetzt hören wir auf durcheinander zu labern lila triforce Triforce. Triforce. Das heißt, die wird sterben. Oh, einer ist tot. Einer ist tot. Einer ist tot. Nein, 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 ich bin down. Ja, du bist durch. Aufladen, aufladen, aufladen. Warte, warte, warte. Ja. Oh, shit. Ich drück ja schon wie wild aufladen. Ich hoch. Du kannst doch woanders drücken. Ich kann nix drücken. Okay, Cable, du bist dran. Er kann schon drücken, aber ich... Tieren. Jetzt bist du wieder voll am Start. Warte, 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 warte. Mary, ich werde, ich werde Mary erst mal entgiften. Ja, genau, wer macht das? Wem denn? Nee, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Mach weg. Entgiften, ist es aber. Oh, doch nicht vergiftet. Doch, gerade eben hast du noch vergiftet. Oh, Gott. Sehr merkwürdig. Oh, Gott, wir sind wieder gedabbelt. Nein, nein, nicht jetzt. Oh, 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 ich hab noch eins, ne. Ich hatte eins. So, da kann mich mal jemand aufladen, bitte. Oh. Hast du euch noch? Ja, geht nicht. Ich bin down, man. Geht nicht. Was geht nicht? Läd jetzt mal bitte einer auf. Geht nicht, wenn der zaubert. Ich versuch's doch. Oh, alter, ey. Gott, alter, Gott. Dieses komische Triforce-Ding haut nämlich einen auf jeden Fall auf. Mary, kannst du mal auf Start drücken? Vielleicht kommst du ja wieder rein. Ja. Aber jetzt, oder? Weiß es noch nicht. Ja, komm, mach dir irgendeinen Zauber. Ich muss auch rein. Bist du jetzt du? Nee, ich bin jetzt so Pic. Hä? Oh nein, wir haben alle getaucht. Nee, nochmal. Start. Gut. Egal, Strategie bleibt die gleiche. Wir hauen den voll platt. Ja. Wer bin ich jetzt? Weiß ich nicht. Du bist ich. Du bist ich. Du bist mich. Du bist Pic. Ich bin gar niemand. Na, ich war Pic. Ich war Pic. Ich habe versucht, die ganze Zeit zu wechseln. Achso. Also, Pic ist jetzt, warte. Ich bin Mary. Pic ist frei. Jetzt bin ich Pic. Okay. Ich bin ich. Gut. Okay, so bleiben wir so Gold, Gold, äh, Goldsböke hier. Du kriegst doch einen Harry, ey. Einen Harry. Einen Harry. Ja genau, heil mal. Ich habe es gleich gesehen. Da, was können wir noch machen? Abwehrschwächen? Abwehrschwächen, mach mal. Ich habe das schon noch nicht mehr gemacht. Und zwar seine Zauberkanzel, seine Zauberkanzel mal schwächen, ne? Ja, das hat er ja gut. Haben wir schon gemacht. Okay. Nicht special. Wee, wee. Nee, das war jetzt eigentlich nicht mein Plan. Oh, ich will mal special machen. Ja, ich auch. Ich auch. Okay. Boah, wer hat's traurig denn hier? Egal, eh. Meine Fresse, Alter. Oh, Mary kann doch, Mary kann mich jetzt doch benutzen, ja? Ja, ich benutze dich doch die ganze Zeit schon. Achso, das habe ich doch gar nicht mitbekommen. Benutze dich. Oh ja, da stehe ich voll drauf. Sie benutze dich. Boah, vorher. Mary und ich haben die Körper getauscht. Kannst du mal bitte heilen, Kibbel? Ja, klar. Immer schön mit der Ruhepause hier. No problem. Ey, ich hatte voll den Special, ne? Und dann kommt der Arsch, ne? Und macht ihn weg. Ja, so ist er. Mit seinen komischen Zeptern da oben. Ohne das eingesetzt worden ist. Ja, probier' wir mal ein bisschen rum. Ops. Könnte ich jetzt mal wieder mit Mary angreifen, bitte? Jemand ist still. Ja? Jemand ist still. Wie still? So, hier, still. Achso, gemuft. Irgendjemand hat keine Zauber. Gemutet, gemutet im Spiel. Das ist dieses Sternenkraut, was du vor uns gefragt hast. Sternenkraut. Bin ich das? Das bin ich. Das geht nicht. Das geht jemand gar nicht. Ne. Beseitigt Magieauswirkung. Ja. Pass auf, jetzt bist du immer noch still. Ne, doch nicht cool. Halt den Mund. Ich bin überhaupt nicht still hier. Halt den Rand, ey. Sei du mal still hier, hör. Jenga. Oh Gott, oh Gott. Nicht der Moveschie wieder. Ah, ne, der ging ja. Der ging ja. Der war okay. Und die Anordnung hat sich erfolgt, merkst du das? Ja. Ne, die hast du überhaupt nicht geändert. Ich bin weiterhin mit meinem Charakter unten. Mary ist mit ihrem Charakter oben rechts. Und du bist mit deinem Charakter oben links. Nein, ich war oben rechts eigentlich mal. Recht, ja. Ja, war. War. Schlangen her. Kreis, ja. Panik. Warte, ich gebe. Ich gebe. Ich gebe jetzt mal einen Schoki. Nein, ich wollte gerade aufladen. Ja, ist doch egal. Nein, besser als wenn man down. Reicht noch, ja. Besser als wenn down. Als wie wenn. Ja, es reicht dann, ja. Es reicht. Du bist ein kleiner Bock manchmal. Was bin ich? Ein kleiner Bock manchmal. Bock. Geiler Bock, ja. Ich hab schon, brauch schon nicht begeistert oder Abwehrschwächen am besten. Weil der macht ja keine... Ich meine, der greift überhaupt nicht an. Das ist voll der dumme Dummsau. Wenn sein Käferroboter da... Der gibt uns Zeit, uns aufzuladen. Weil er jetzt gleich seinen Supermove vorbereitet hat. Gogo Gadgete-Mobil. So eine Energie jetzt. Vorbei, 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 vorbei. Jetzt, aufs Maul, mein Freund. Jetzt geht's gleich. Mit Anfassen. 690, komm, das hat auch unterschreiben. Boah, lebensschwun. Hab's mal, ja. Aber immer mich, eh immer ich. Ja, das ist gut, dass er dich trifft, weil du hast doch die meiste HP. Ja. M-HP. Ja, ja. Die Master-HP ist das, heißt er. Immer ich, immer ich. Warum werde ich jetzt klein gemacht? Boah. Weil du's verdient hast, Mann. Ne, den Scheiß hab ich. Ne, nicht auf alle. Niemand ist klein. Hahaha, witzig. Ja, ich war's. De kleine Kibbi. Oh, süß. Oh. Ja, komm mal her, mein Kleiner. Ja, nix ist. Ja, fein macht das. Ja, aber fein macht das hier. Druckpunkt. Erklär dir mal Druckmusik da, Freund, hier. Nein, was macht er nicht jetzt? Nicht jetzt. Oh, nee. Kaua, magma. Kaua, magma. Er kriegt jetzt erstmal aufs Maul. Ja, könnte ich jetzt hier bitte auch endlich mal... Achso, ich bin ein Mini. Aha, Loser. Wieso, das sehen wir hier von uns beiden Loser, das war doch verreckt. Nicht alle, mein ich bin nicht klein. Ja, warte, hast du mal die Pausen ab? Weil es jetzt sterben bleibt. Ja, Kibbi, könntest du jetzt ja nicht mehr zaubern? Oh. Irgendeiner hat hier Special. Ich wort die ganze Zeit hier auf mein Special. Na, guck. So, und jetzt zauber endlich mal. Ja, würde ich ja gerne. Na, mach doch mal. Ja, ne, du machst ja immer irgendwas anderes hier. Ich mache überhaupt nichts. Endlich. Ne, nicht schon mal. Der kommt einfach nicht an die Reihe. Wer macht nur auf dich selber. Ich mache zu langsam. Ne, ne, ne. Ich mache gleich zwei Runden, das ist kein Problem. Ja, es dauert viel zu lange. Ne, ne, da kann man einfach... Guck mal, wenn er jetzt nachzieht, dann hat er... Ist egal. Dann hat er, ist egal. Okay, ist klar. Dann hat er einen harten und ist egal. Ah. Ja. Da gucken, jetzt sind wir eine Daune wegen dir. Ach, laber nicht. Ich brauche mal eine Heilung. Scheiß brauchst du. Dann gleich noch eine. Los, go, go. Go, go Gadget. Der, der am meisten drauf hat, heilt die ganze Zeit, ne, alles so. Ist aber schuld, was nimmst du noch so ein Spiel? Ja, du bist der Einzige, der heilen kann. Go, go Gadget. Peek, du musst endlich dein Special zünden, Y св cantidad. Ja, zünde es. Ich versuch's ja schon die ganze Zeit. Wolfswedel Was macht der jetzt? Nichts gescheites Ist er down? Ne Das hat uns angegriffen Ist er down? Nein, ist er nicht down Los, heilen Wie auch immer Alle? Das war ziemlich riskant Was ich gemacht habe Du schaffst das, Shaka Er kann nicht blocken Er ist dumm, mit dem Kopf Warum hauen wir eigentlich auf seine Füße Die man nicht mehr sieht Keine Ahnung Zum Wecken ist auf Kielbel Weil ich die meiste Energie habe Ja, eben drum Ist er down? Ja, Alter, wir haben es gebumst, Alter Ja, aber das war doch jetzt seine erste Phase nur, oder? Das war doch den feilste Identitätsgrief Ja, das war seine erste Phase Und geil, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder Macht's gut, bis dahin und tschau'n! Ja, 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 du! Hallo Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Rolle in Let's Play See you doch mal an der zweite deutschen Ersatzung von den G-Trends Ich bin Mary, Mary ist ich Und Kielbel ist er selbst Yes, was geht Wenn ihr nicht wisst, was hier abgeht Guckt euch letzte Folge an Tut mir leid, aber es ist halt so Ja Wir haben es so gut wie geschafft, Alter Wir sind so strange Ja Wir sind so strange Guck mal, der spielt mit Murmeln, haha Haha Ja, mach einfach das, genau Die Musik hat sich auch geändert Stimmt Sehr geil, sehr nice Bei dem Stichpunkt habe ich gleich mal lauter gemacht Super geil Das ist so schön, Leute Ich kann euch nur empfehlen für zu Hause Kauft euch auch ein dickes fettes Mischpult Scheißegal, für was Lauter und leiser machen mit einem Sliders voll geil Leute, leiser machen ist einfach nur geil Das ist Mufasa Das ist Mufasa